Also zunächst freuen wir uns natürlich erstmal, dass die Saison wieder losgeht. Die Saison wieder losgeht, dass die Saison wieder losgeht. Das ist klar. Das war es, wie wir heute im Klubbürofonen, in unserem Klubbürofonen, auf dem Klubbürofonen, auf dem Klubbürofonen, auf dem Klubbürofonen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.